Hallo Leute! Willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Hallo! Ich heiße Layla. Das ist ein arabischer Name. Meine Familie kommt nämlich aus Marokko. Hallo! Ich heiße Layla. Das ist ein arabischer Name. Meine Familie kommt nämlich aus Marokko. Als ich sechs Jahre alt war, sind meine Eltern mit mir nach Deutschland gezogen. Das war am Anfang ziemlich schwer für mich. Als ich sechs Jahre alt war, sind meine Eltern mit mir nach Deutschland gezogen. Das war am Anfang ziemlich schwer für mich. In der Grundschule habe ich kein Wort verstanden. Da habe ich mich natürlich ganz alleine gefühlt. Darum bin ich dann nach dem Unterricht zur Nachhilfe gegangen und habe Deutsch gelernt. Das war gar nicht so leicht. Denn Deutsch ist ja ganz anders im Vergleich zu Arabisch. Nach einem Jahr konnte ich dann schon recht gut Deutsch sprechen. Trotzdem musste ich das Schuljahr wiederholen. Aber das war nicht so schlimm für mich. Denn dadurch habe ich sehr viele neue Freunde gewonnen. Nach der sechsten Klasse bin ich dann auf die Realschule gewechselt und habe dort mit mittlerer Reife abgelehnt. Nach der sechsten Klasse bin ich dann auf die Realschule gewechselt und habe dort mit mittlerer Reife abgeschlossen. Danach habe ich dann auf die Realschule gewechselt und habe dort mit mittlerer Realschule gewechselt. Danach habe ich eine Ausbildung zur Schreinerin gemacht. Ich war damals das einzige Mädchen in der Berufsschulklasse. Aber das war mir egal. Ich wollte einfach handwerklich und kreativ arbeiten. Meine Ausbildungsfirma war sehr zufrieden mit mir und meiner Arbeit. Und hat mich nach meiner Ausbildung sogar überprüft. Ich war damals das einzige Mädchen in der Berufsschulklasse. Aber das war mir egal. Ich wollte einfach handwerklich und kreativ arbeiten. Meine Ausbildungsfirma war sehr zufrieden mit mir und meiner Arbeit. Und hat mich nach meiner Ausbildung sogar übernommen. Meine Ausbildungsfirma war sehr zufrieden mit mir und meiner Arbeit. Und hat mich nach meiner Ausbildung sogar übernommen. Das war ein echter Glücksgriff. Ich arbeite da noch heute. Mein Name ist Yuri Sokolov. Ich bin 1989 in Samara in Russland geboren. Nach meinem Abitur habe ich an der Staatlichen Universität in Samara Informatik studiert. Danach habe ich fünf Jahre lang als Programmierer in einem großen Autozulieferungsbetrieb gearbeitet. Im Jahr 2017 bin ich nach Deutschland gekommen. Nach meinem Abitur habe ich an der Staatlichen Universität in Samara Informatik studiert. Danach habe ich fünf Jahre lang als Programmierer in einem großen Autozulieferungsbetrieb gearbeitet. Im Jahr 2017 bin ich nach Deutschland gekommen. Zuerst habe ich in München an der Volkshochschule Deutsch gelernt. Im Jahr 2017 bin ich nach Deutschland gekommen. Zuerst habe ich in München an der Volkshochschule Deutsch gelernt. Nach dem Deutschkurs habe ich 2019 eine Stelle bei Siemens bekommen. Dort habe ich meine Frau Sophia kennengelernt. Sie arbeitet in der Finanzbuchhaltung. Letztes Jahr haben wir geheiratet. Und vor einem Monat eine Tochter bekommen. Wir sind sehr glücklich. Mein Name ist Anita de Groot. Mein Vater ist Niederländer und meine Mutter Deutsche. Aufgewachsen bin ich in Maastricht. Sehr nah an der deutschen Grenze. Mein Name ist Anita de Groot. Mein Vater ist Niederländer und meine Mutter Deutsche. Aufgewachsen bin ich in Maastricht. Sehr nah an der deutschen Grenze. Meine Eltern haben mich zweisprachig erzogen. Mit meiner Mutter habe ich nur Deutsch gesprochen. Und mit meinem Vater Niederländisch. Meine Eltern haben mich zweisprachig erzogen. Mit meiner Mutter habe ich nur Deutsch gesprochen. Und mit meinem Vater Niederländisch. Das war für mich natürlich ein großer Vorteil in der Schule. Im Deutschunterricht war ich immer die beste. Ich komme aus einer Medizinerfamilie. Also bin ich natürlich auf ein naturwissenschaftliches Gymnasium gegangen. Da habe ich dann mit 18 das niederländische Abitur gegangen. Da habe ich dann mit 18 das niederländische Abitur gemacht. Und direkt einen Studienplatz für Medizin bekommen. Ich komme aus einer Medizinerfamilie. Also bin ich natürlich auf ein naturwissenschaftliches Gymnasium gegangen. Zwei Wochen nach Studienbeginn bin ich für eine Routineuntersuchung zu meinem Arzt gegangen. Und habe erfahren, dass ich schwanger war. Das war damals ein großer Schock für mich. Das war damals ein großer Schock für mich. So hatte ich das alles nicht geplant. Also habe ich erst einmal eine Studienpause eingelegt. Zwei Wochen nach Studienbeginn bin ich für eine Routineuntersuchung zu meinem Arzt gegangen. Und habe erfahren, dass ich schwanger war. Das war damals ein großer Schock für mich. So hatte ich das alles nicht geplant. Also habe ich erst einmal eine Studienpause eingelegt. Als mein Sohn Milan dann vier Jahre alt war, habe ich weiter studiert. In den Niederlanden darf ein Kind nämlich schon mit vier Jahren die Schule besuchen. So hatte ich dann wieder genug Zeit für mein Studium. Das war alles sehr stressig. Aber meine Eltern und meinem Mann haben mir in diesen sechs Jahren sehr geholfen. Heute bin ich 34 und Kinderärztin in einem Krankenhaus in Deutschland und sehr glücklich. Vor drei Jahren haben wir eine Tochter bekommen. Jetzt ist unsere Familie komplett. Mein Wunsch für die Zukunft. Eine eigene Praxis. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren. ... ... ... qué ... ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.